Das hier ist Nico. Das ist Jeremy. Das ist Sami. Das ist Sam. Das ist Samu. Das ist Fadlin. Das ist Jayden. Und das ist Antoine. Sie sind eine gute Mannschaft. Vor allem, sie schreien sich nicht an, wenn sie Wammhaus schiebt. Sie reden miteinander und halten eigentlich immer zusammen. Mein Team ist sehr nett. Nette Leute. Ich würde es auch mal als gut beschreiben. Weil wir waren jetzt in der Hallensaison auch Erster in einer Gruppe. Also ich würde es auch schon auf jeden Fall als gut beschreiben. Die sind alle sehr motiviert. Oft da. Geben sich immer Mühe, wenn sie da sind. Natürlich sind sie Kinder und machen nicht immer alles perfekt. Genauso wie jeder. Jonas ist sehr, sehr motiviert. Und eigentlich immer, wenn wir da sind, auch am Platz. Er fragt sich, ob er kommen kann und ob er mit uns trainieren kann. Niklas wirft gut. Und ja, ich habe ihn noch nicht so ganz lange. Aber das, was ich von Niklas gesehen habe, ist, der hat sich jetzt in einem halben Jahr ziemlich verbessert. Manchmal ist es ein guter Spieler. Also der spielt auch jetzt und die Fans bei uns. Und switcht immer so ein bisschen hin und her. Es ist cool. Die ganze Familie kommt auch mit. Und ja, es ist halt auch cool. Die feuern einen die ganze Zeit an der Seite an. Es war auch richtig Spaß. Das war's. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.